Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 21.10.2022, damit für den Oktoberverfall. Und unser DAX ist am Donnerstag einmal oben aus einer Welle rausgesprungen und dann aber auch gleich wieder eingetaucht. Wir hatten gestern darüber gesprochen, dass Runderskept noch nicht ganz zu war, dass er das vielleicht noch zum Donnerstag machen könnte, einmal runterstechen und sich dann wieder hochdrehen. Oben im Ausbruch aus der Flagge, den haben wir gesehen. Das heißt, das Kaufsignal ist letztendlich aktiviert worden, aber nicht gut angenommen. Das muss man schon ganz so sagen, wie es ist. Also das ist ein ganz starker Flaggenbruch hier oder als Flaggenbruch erkennbar. Er hätte in der Folge dann auch deutlich höher gehen dürfen. Wir hatten auch gesagt 8.50, glaube ich, hier. Die hat er nicht geschafft, ist schon an der 800 nach unten gedreht und demzufolge auch nicht die obere Trendlinie erreicht. Die hat man gesagt, das ist bei 12.99 und dann erreichbar. Hat sich hier dann so ein bisschen verkrümelt. Sollte er aus der Situation heraus, er hat jetzt hier oben, man kann auch nicht sagen, es ist noch, also es ist jetzt noch kein Fehlausbruch, weil noch kein tieferes Tief gefolgt ist. Sollte der sich jetzt hier einfach aufdrehen am Freitag, könnte eigentlich dort Zielsieg fahren. Ja, also könnte er versuchen, sich ganztägig eigentlich dann weiter zu erholen, weiter hoch zu drücken und hier raus zu steigen. 8.25, 8.50 anzugreifen und dann eben vielleicht auch die Kante hier schon, die jetzt dann bei 9.60 am Freitag liegt. Muss aber von Anfang an Performance reinbringen. Sollte er tiefer gehen, wird es dann interessant, weil dann hätten wir ja, dann wäre es definitiv ein Fehlausbruch oben, weil das neue Tief dann das Kaufsignal quasi auskontern würde und dann wird es halt sehr interessant, wie gehen denn ein Marktteilnehmer dann um mit dem. Wenn mit Fehlsignal oben ein neues Tief kommt, wird es verkauft, wird es gekauft. Das ist dann ziemlich wichtig aus der Verfassung, die er über die letzten Stunden und Tage hatte. Kann ich mir gut vorstellen, dass er vielleicht sogar das neue Tief nicht verkauft, sondern hochzieht. Im Bereich um, keine Ahnung, 600, ein bisschen tiefer, vielleicht sogar da nochmal probiert nach oben einen Bogen zu schlagen. Das würde sehr, sehr, sehr gut reinpassen. Verkaufen die aber und bringen richtig Druck rein und dann hätten wir oben eine Top-Formation, die dann fertig ist. Als wenn ein bullisches Muster am Top nicht mehr nach oben auflöst, dann setzt in der Regel eine Trendumkehr ein und dann wären wir fertig. Dann hätten wir hier A, B, C stehen und dann könnte der DAX wieder nach hier unten abgeben und es auch richtig abgeben. Ja, dann würde er am Freitag wahrscheinlich erstmal Richtung 4,50 fallen, ein bisschen tiefer vielleicht, 4,35, 4,50. So, bis kurz vor das Gap, dass er das schon zum Greifen nahe hat, um die 3,70, würde das dann wahrscheinlich über den Montag anfallen, hier noch weiter runterfallen, bis gut und gerne, ja, durchaus 12,1,50 wieder, über Freitag und Montag, sich dann von dort nochmal erholen und dann im restlichen Wochenverlauf in den November einabrieseln. Ja, das wäre eine, könnte man sagen, Worst-Case-Betrachtung, die aber darauf basiert, wenn das Trendfortsetzungsmuster, das bullische Trendfortsetzungsmuster, die Flagge oder der bullische Keil, hier oben eben dann als Fehlsignal fungiert hat. Ja, das ist aber erst relevant, wenn wirklich die neuen Tiefs verkauft werden. Das heißt, ich würde mir vielleicht die ersten Tiefs erstmal angucken, unter 12,6,30, wenn sie denn kommen überhaupt. Würde einfach beobachten, wie reagiert er, also da muss ich mal 1, 2 Stunden auch erstmal ins Land gehen lassen und alles, was danach mit tieferen Tief und tieferen Hoch passiert unterhalb von 12,6,00, das ist dann eher Short-Vorlage. Wacht aber gar kein neues Tief, dreht sich hier direkt wieder nach oben auf, wie gesagt, statt Zielsieg möglich Richtung 8,50, 900 und eben der 9,60. Und mehr kann man eigentlich zum Freitag hier gar nicht mitgeben, von daher kann man das Video auch schon zumachen. Tagesschart können wir noch mal kurz reingucken, aber da sollte man auf jeden Fall sehen, dass die Tageskerze deutlich kleiner ist jetzt. Also wir hatten hier eine Umkehr, haben die aber deutlich abgefedert, haben wir auch gestern gesagt, unterhalb von 7,80 oder 7,40 oder sowas. Sollte man auf jeden Fall dann eher mehr auf der Unterseite aufpassen. Man muss aber sagen, dass Short-Setups nicht unbedingt super toll belohnt wurden, da wurde immer wieder stark nach oben angezogen, was eher ein Indiz ist, dass man nochmal nach oben will, aber muss er dann eben auch zeigen. Also man sieht hier ein Abflachen schon wieder, stand jetzt schon ein Abflachen der Bewegung und von daher wäre es auch nicht verwunderlich, wenn da jetzt nochmal eine Grüne dahinter kommt. Die kann sogar relativ dominant werden, wenn er den Grün schiebt und von daher passt es eigentlich perfekt. Ja, Startzielsieg, das ist das, was wir in den 2-Stunden-Chart auch gerade gesehen haben. Gucken wir mal, wie es sich schlägt. Wie gesagt, lasst ihn erstmal ein bisschen reinkommen dann, so die ersten 2 Stunden. Und ich denke, dann kann man das schon ganz gut ableiten und erkennen. Also, ich wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen, schönes Wochenende dann schon mal und dann hören wir uns am Sonntag mit der Analyse für den Montag. Bis dahin, Tschüss.